Hallo liebe Freunde auf YouTube, hier ist Dominik, euer Rechtsanwalt und ich wollte euch sagen, mein E-Book ist fertig, 10 gute Gründe um Jura zu studieren und ihr könnt das runterladen auf der Webseite www.jura-starter.de, ich habe die Webseite auch nochmal unten verlinkt und oben in der Infobox und ja, für wen habe ich das E-Book geschrieben? Ich habe es für alle diejenigen geschrieben, die überlegen Jura zu studieren, ich sehe es an den Kommentaren und bei den Nachrichten, das sind bei euch viele dabei, die gehen zur Schule und überlegen, ist das was für mich, macht das Sinn, was kann ich damit machen, damit ihr eine bessere Entscheidungsgrundlage habt. Für euch habe ich das Buch geschrieben, genauso für die, die schon Jura studieren, schon ein paar Semester weiter sind und vielleicht den ersten Durchhänger haben, weil sie merken, die Noten sind nicht so großzügig, wie man es aus der Schule noch kennt, einfach um dort auch mal, damit ihr euch nochmal klar werdet, was kann man denn mit Jura eigentlich machen und warum ist das eigentlich eine super Sache, wie ich finde und natürlich auch für die, die richtig tief im Motivationsloch stecken, weil sie vielleicht gerade Examsvorbereitungen machen, fürs Erste oder fürs Zweite, es zieht sich monatelang hin und da kommt man durchaus ins Grübeln und es war bei mir auch so und ich kenne auch viele, ich habe neulich wieder mit ein paar Kollegen gesprochen, die sagen, ja klar, nach dem Examen hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf Jura, weil es ist einfach so, man hat so einen Overkill und ich weiß noch, nach meinem Referendariat in L.A., ich kam zurück und habe gesagt, nee, ich mache nichts mehr mit Jura, ich mache eine Eisdiele auf, ich mache einen Frozen-Joghurt-Laden, dazu kam es dann nicht, mittlerweile bin ich super happy mit meinem Studium, mit meinem Beruf, aber es gibt halt Phasen im Leben und für die, die vielleicht gerade ein bisschen Motivation brauchen oder auch ein bisschen ein Ziel vor Augen, warum macht das Sinn, Jura zu studieren, für die habe ich dieses E-Book geschrieben, also ladet euch das gerne runter und ich freue mich natürlich auch auf euer Feedback, so was hat euch überrascht, was habt ihr erwartet, was eher nicht, gefällt es euch, gefällt es nicht, ich freue mich auch auf euer Feedback und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes, unterholsames Wochenende und wir sehen uns bald wieder, nämlich hier auf YouTube. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, euer Dominik.